Wenn es im Haus umgeht, checken wir mal, wie die Stimmung ist. Wir machen das mal so ein bisschen wie ein Fußballstadion. Norden, Osten, Westen, Süden. Wie ist die Stimmung im Norden? Wie ist die Stimmung im Norden? Wie ist die Stimmung im Westen? Zu den Süden? Zu den Eck aller Wie ist die Stimmung vor der Kitzel? Sehr gut, herzlichen Dank. Und damit kommen wir zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Acht Runden in Schwergewicht sind angesetzt. Begrüßen Sie auf den Weg in die blaue Ecke kommt zu uns Kabil Sokolowski. Kabil Sokolowski! 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 Das war's für heute. Musik 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 Vielen Dank! Jetzt kommen wir zum Fightler in der blauen Ecke. 37 Jahre ist der Altparty, gestern bei Wien 112,0 Kilo auf die Waage, bei der Körpergröße von 1,86 Meter. Er ist Profi seit 2014. Sein Kampfrekord, 41 Kämpfer, 11 Siege, 4-maler Gewinner durch K.O. Hashembo, Probem, Kabil, Sokofi! Wien! Und nun, meine Damen und Herren, den Adler ist der General Director. 27 Jahre ist der Altparty, gestern bei Wien 1 oder 4,2 Kilo auf die Waage. Und es bleiben hier der 95 groß. Er ist Profi seit 2015. Sein Kampfrekord, 8 Kämpfer, 6 Siege, 4-maler Gewinner durch K.O. Aus Mierendal, Bosnien, Herzegowina, der White Sniper, Ducharme Rädii! Meine Damen und Herren, der Director in charge of the action, ist Kazi Kulak. Ausreden ist der Wiggo Chalk. Ad 배tschi zu Sch Maler Keupfer, Nachts Schmergewer, alle Räder Hundearten, Inspectors Rund 13 Pan. Not still the Pan. Ja gut carries. Bei Flamen des Specs wirdЙ T fashioner, viele rouen Thanhdii gegen scarcity limited zoom. Ich kann mich nichtital platformen von unter accomplishmenten, also mit einem Flamen poliert sein Schmerzen zu schieben. In St. 4 von 1 zu 20 freue. Das ist dann die 2INA Giura, F inhäden ist zu keiner enden üben hjälpfen. Im Jurgen gut klar zu meinen siglau, Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank.